Willkommen in unserem FSC-Büro in Freiburg. Eine FSC-Zertifizierung in einem Unternehmen durchzuführen, kann auf den ersten Schritt schwierig wirken. Man muss die FSC-Anforderungen kennen und diese auch anwenden können. Damit Ihnen dieser Schritt ein bisschen einfacher fällt, hat FSC ein Online-Training für die Produktkettenzertifizierung entwickelt. Hier einige Eckdaten zum Online-Training. Die Laufzeit des Trainings beträgt ca. 4 Stunden und es ist in 9 Module aufgeteilt. Manche Themenmodule sind verpflichtend für jeden Teilnehmer. Andere können bei Bedarf ausgewählt werden. Am Ende kommt das Quiz. Wenn Sie da genügend Fragen richtig beantworten, bekommen Sie ein Zertifikat ausgestellt. Das Training kostet 95 Euro pro Teilnehmer. Was erwartet Sie im CFC Online-Training? Das Online-Training erklärt durch praktische Beispiele und weiterführende Quellen das FSC-System. Wir fangen an mit allgemeinen Fragen wie, wofür steht der FSC oder was ist eine Produktkette. Danach wird spezifischer mit Themen wie Recyclingmaterialien oder der Kennzeichnung von FSC-Produkten. Themen wie Beschwerdemanagement werden ebenfalls angeschnitten. So kann sich der Teilnehmer die für sich relevanten Themen heraussuchen. Die Vorteile des Online-Trainings liegen auf der Hand. In vier Stunden erhalten Sie ein Grundverständnis für das FSC-System und sind für die FSC-Zertifizierung vorbereitet. Sie können es überall und jederzeit durchführen. Zum Training kommt man unter de-etraining.fsc.org. FSC Deutschland wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihren FSC-Aktivitäten. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder sonstiges haben, melden Sie sich gerne bei uns.